Guten Tag, ich möchte gerne etwas erzählen über unsere Leon 1000 Camping Lampe. Das ist eine Multi-Funktionslampe, hat verschiedene Funktionalitäten, man hat eine Dämmungsfunktion, man hat ein helles weißes Licht oder warmes Licht und hat natürlich auch ein Powerbank, also man kann mein Telefongerät damit wieder aufladen. Ich zeige es Ihnen mal. Also in der Verpackung ist natürlich eine Gebrauchsanleitung. Bitte lesen Sie diese durch, da ist die Tipps und Tricks da drin. Und dann wissen Sie ganz genau, was wir damit machen können und was nicht. Also in der Verpackung ist daneben auch ein USB-Kabel für den Wiederaufladen von das Gerät und natürlich die Lampe. Also die Leon-Lampe, wie gesagt. Man kann, man hat einen gummierten Tragegriff hier oder man kann diesen Lampen, an der Unterseite gibt es eine Hake, kann man die Obenseite abnehmen, kann man an der Zeltstange, kann man das aufhangen, so oben an dem Tisch oder im Zelt oder irgendwo. Also 1.000 Lumen, wie viel ist das und was können wir damit machen? Das werde ich Ihnen zeigen. Das, was ich jetzt mache, das hier, das ist 1.000 Lumen. Das ist ja ganz helles, fettes Licht. Das hat man zum Beispiel, kann man das brauchen, wenn man eine Vollzeit aufbaut oder das Vollzeit aufräumt oder im Wagen etwas sucht, wenn man wirklich gutes Licht braucht. Aber man hat auch noch ein warmes Licht, hat man auch. Das ist ein bisschen angenehmer Licht mit, ja, mehr Atmosphäre hat das. Und dann kann man das, helles Licht kann man, wie gesagt, es gibt eine Dimming-Position, damit man das Licht ein wenig hell machen kann. Einfach die Daumen auf die On-Off-Schaltung drücken, so wie hier, und da sieht man, dann geht das Licht runter. Die Stärke geht mit weniger und es ist jetzt ganz angenehm auf dem Tisch abends, am Essen oder irgendwas. Diese Lampe ist, wie gesagt, wieder aufladbar. Auch da hat man hier diese, da hat man diese USB-Kabel, die muss man dafür benutzen. Auch das ist einfach, man hat hier einen USB-Eingang, das ist also für den Ausput, für das Wiederaufladen von einem Telefongerät oder was, die Powerbank-Funktion. Und die kleine, das ist natürlich für den Aufladen dieser Lampe. So macht man das, steckt man das einfach rein, nimmt einen USB-Stecker und man sieht, das fliegt jetzt rot und das bedeutet, er ist jetzt am Aufladen. Das dauert einige Stunden und wenn er voll ist, dann wird das Licht grün und dann ist er fertig. Die andere, die USB, ist für den Aufladen mit einem Telefongerät. Dann nehme ich mein Telefonauflader, Kabel, Entschuldige, stecke das da drin und dann auch mein Telefon und man sieht, ich habe Strom und das Telefongerät wird aufgeladen. Also wie gesagt, eine Multifunktionslampe, die man überall einsetzbar ist, für vieles Licht, helles Licht oder am Abend ein gemütliches Licht oder eine Powerbank-Funktion, der Leon 1000.